Thekenphilosophen Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, die Thekenphilosophen müssen sich ja heute wieder mit dem 1. FC Köln befassen. Ich sage bewusst müssen, weil es hat ja nicht so großen Spaß gemacht letzte Woche, als wir da nach dem Darmstadt-Spiel, ihr habt es ja alle gesehen, noch eine Live-Sendung gemacht haben, Julian und ich und ein bisschen Dampf abgelassen haben. Wir wollen es heute ein bisschen ruhiger machen, natürlich auch einen Blick auf das nächste Spiel werfen und da haben wir auch heute einen ganz speziellen Gast mit Hinsicht auf dieses nächste Spiel gegen Paderborn. Das ist der Martin Schongiorno. Grüß dich Martin. Hallo, grüß dich. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Ist eine wunderbare Sache und für den, den der Name jetzt vielleicht noch nichts sagt, möchte ich einfach noch mal was erwähnen, nämlich natürlich auch Zweitligaspieler gewesen, 27 Zweitligaspiele für unter anderem auch den 1. FC Nürnberg. Du hast mehr als 300 Drittligaspiele gemacht und auch 100 Tore gemacht. Position war scheinbar dann noch Stürmer. Für Mittelfeld. Für Mittelfeld natürlich dann auch, aber hallo, nicht schlecht. Ballerfeld. Ja, später warst du im Scoutingbereich tätig und hast beim 1. FC Nürnberg begonnen, hast aber dann über die Umwege sozusagen von Hannover 96 dann auch zum SC Paderborn, ist seinerzeit zum Leiter Sport des Lizenzspielerbereichs geschafft, so nennt sich das offiziell, und warst dann der Sportgeschäftsführer des SC Paderborn und zwar zusammen mit Steffen Baumgart, den wir ja hier sehr gut kennen, und ihr seid zusammen zweimal aufgestiegen. Zweimal aufgestiegen, genau. Also du warst derjenige, der die Mannschaft zusammengestellt hat, kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen, ja. Also nicht allein natürlich, sind wir immer im Team, aber schon auch sehr verantwortlich. Dann Erstliga-Erfahrung, dann als Sportgeschäftsführer gesammelt und spannende Zeit werden wir sicher gleich auch noch drüber zu sprechen bekommen und im Vorfeld werden wir aber natürlich versuchen, auch nochmal das Ganze im Nachgang zu diesem gerade gelaufenen FC-Spiel nochmal in Verbindung zu bringen. Und dabei will mich natürlich wieder einer bestens unterstützen, er ist ja wirklich eine absolute Stütze der Thekenphilosophen, der Mann von Fokus Online, Julian Witze. Julian, herzlich willkommen auch dir. Ja, danke. Den Freitag gut überstanden. Geht so. Ja, wir haben ganz schön gelitten. Also ich muss dazu sagen, wir sind natürlich auch Fans, das wird natürlich auch ganz offen dann auch dargelegt. Und natürlich nach so einem Spiel, da ist mit der Sachlichkeit nicht so allzu weit gewesen. Wir haben uns bemüht, ich glaube, wir waren sogar noch relativ sachlich. Aber naja, natürlich musste man auch ein bisschen Dampf ablassen. Ja, wie hast du das denn als Externer wahrgenommen? Also du hast es wahrscheinlich nicht selber verfolgen können? Doch, 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 doch. Ja, ich bin toll an der Spiele. Bitte, dann bin ich gespannt auf dein Statement. Also das Ergebnis spricht ja Bände und das war auch, finde ich, in der Höhe völlig verdient. Ja. Also es war ein ganz schlechter Auftritt, muss man wirklich so sagen. Aber es gibt es halt im Fußball, muss man auch sagen, das gehört dazu. Ich glaube, dass 1. Hälfte Köln ja auch ein Verein ist, wo es nie so eine richtige Richtung in Ruhe gibt, wo immer so ein bisschen Unruhe ist. Es wird ja dann über 2-1-Sieg zu Hause schon viel diskutiert, wie schlecht es war. Und so ein Eindruck macht das dann auch zurzeit. Und der SV Darmstadt steht mit dem Rücken an der Wand. Die müssen ein Spiel gewinnen, um unten rauszukommen. Und wenn du dann einen schlechten Tag hast, dann kannst du halt in der zweiten Liga, wie in allen anderen Ligen halt auch, gegen alle Mannschaften verlieren. Und das ist halt so eingetroffen. Das hat doch nur deswegen für viele überraschend gekommen, weil man ja eigentlich gerade mit einem Erfolgserlebnis in die kleine Länderspielpause gegangen ist. War man sich da vielleicht auch ein bisschen zu sicher? Kann sowas passieren? Nee, eigentlich nicht. Also das glauben ja viele so im Umfeld immer, dass die das auf die leichte Schulter nehmen oder weniger laufen. Also das würde ich zu 99 Prozent mal ausschließen, dass das der Fall ist. Es gibt Tage, das weiß ich selber als Spieler, da läuft es super. Und es gibt Tage, da bist du von Anfang an auf den kalten, falschen Fuß erwischt. Und da läuft es gegen dich. Und nochmal, wenn du dann eine Mannschaft hast wie Darmstadt, bei der dann praktisch auch jeder Schuss noch ein Treffer ist. Die gebrannt haben. Die richtig gebrannt haben. Und du findest dann in dem Moment auch das Mittel umzuschalten, weil du es ja am Ende des Tages als Erzhefter Köln auch gewohnt bist, oder gewohnt bist, dass du eine spielbestimmende Mannschaft bist. Und auf einmal passt das alles nicht. Und dann tun sich natürlich gute Fußballer öfter schwer, das umzulegen, den Schalter. Und dann so dagegen zu halten. Dafür ist der FC Köln dann im Moment, glaube ich, nicht stabil genug, das immer wieder zu können. Trotzdem ist es ja eine gute Mannschaft. Ja, aber nicht die Börse der zweiten Liga. Das wird ja immer wieder behauptet. Teilweise von Gegnern, also von gegnerischen Trainern. Das haben wir ja am Freitag auch schon besprochen. Ist dir in dem Nachgang noch so irgendwas aufgefallen? Was wir ja am Freitag natürlich aufgrund der Emotionalität nicht mehr so besprechen konnten. Natürlich auch jetzt im Nachgang, wie man mit der Pleite umgeht. Ja, schon, dass der Christian Keller die Mannschaft schon extrem angezählt hat, finde ich. Auch mit sehr markigen Worten. Öffentlich halt. Gut, stellst du dir immer die Frage, die du beantworten kannst, wie clever das teilweise auch ist. Weil im Endeffekt führt man das ja zurück eigentlich auch auf ihn, weil er ist ja dann wieder der Kaderbauer. Also ist das dann eigentlich auch so ein eigenes, schlechtes Zeugnis, weil er sich selbst dann wieder so ein bisschen einstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran gelegen hat, dass er ja gesagt hat, dass er eine Entwicklung gesehen hat, eine Negativentwicklung. Die hat er bestimmt intern schon angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das intern nicht besprochen wurde. Ich weiß nicht, du kennst das in vergleichbaren Fällen halt. Das wird ja schon ein Vorfeld, wenn du merkst, in der Mannschaft stimmt gerade das. Normalerweise kenne ich jetzt seine Fußball-Expertise nicht so, ob er das immer direkt erkennt, ob eine Mannschaft besser oder schlechter wird. Das ist natürlich auch in der heutigen Zeit, nach jedem Spiel erkennt man ja irgendwie eine Richtung, was ich ja völlig eigentlich schon fast lustig finde, dass hier in einer Woche irgendeine Entwicklung zu sehen ist. Also Fußball ist dann doch etwas langfristiger angelegt und viele Spieler entwickeln sich ja nicht in einer Woche, wenn sie immer gut spielen und auch wenn sie verlieren, in die andere Richtung. Sondern es ist ja ein sukzessiver Prozess, der da stattfindet. Und ich bin jetzt nicht so nah dran und sehe mich manchmal auch nicht im Training. Und ich kenne auch das Gespür der Kabine nicht und den Umgang mit dem Trainer. Aber ich halte es ja immer für gefährlich, die Mannschaft offiziell so anzuzählen. Das kann man so im Effekt, das habe ich auch immer gemacht, wir haben uns verteilt wie eine Schülermannschaft. Dann ist es einfach mal so raus, direkt in den Emotionen. Aber so ein, zwei Tage später offiziell finde ich das schon nicht so wirklich. Und für ihn, finde ich auch, er kommt ja jetzt nicht so rüber, als sei das so der komplett emotionale Typ, weil er schon sehr klare Adjektive verwendet hat. Also es wirkte sehr geordnet, einfach von ihm, was er da von sich bringt. Dass das schon auch gezielt war und so, vielleicht auch noch ein Motto, er hat damit gerechnet und will das jetzt rauslassen. Jedenfalls wirkt es so jetzt im Nachgang. Ich meine, wir setzen, ich meine, das ist ein Thekenphilosophen-Talk. Also natürlich spekulieren wir hier. Ich erwarte auch nicht, dass hier irgendwie ein Kollege auseinandergenommen wird. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber trotzdem möchte ich dich einfach mal ganz klar fragen. Ist das eine Sache, die man, egal in welcher Verein, egal in welcher Situation oder in einer ähnlichen Situation, durchaus mal machen kann, um sozusagen die Mannschaft wach zu rücken? Also grundsätzlich kann man das mal machen. Das hat ja auch Franz Beck mal irgendwann auch mal gemacht. Und dann haben sie, glaube ich, die Champions League gewonnen. Also das geht schon mal. Das ist natürlich, auf welchem Niveau ich das dann mache. Es ist immer schwierig. Die Frage ist immer, was passiert dann danach? Wird es dann sofort besser oder wird es dann eher schlechter? Das weiß man ja in dem Zusammenhang nicht. Also Fakt ist, dass der 1. FC Köln natürlich andere Ansprüche hat, als das, was da gerade auch tabellarisch ist. Das ist einfach gegeben aus der Historie des Vereins. Ob das dann gerechtfertigt ist, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mal immer zu sagen, wir haben eine Historie und deswegen müssen wir immer erfolgreich spielen. Das sehe ich ja komplett anders. Aber ob es was gebracht wird, das werden wir die nächsten Wochen zeigen. Das kann ich so gar nicht beurteilen. Also ich spekuliere jetzt einfach mal und direkt darunterschreiben Spekulationen. Das ist wirklich schon fast so. Ich meine, Keller ist ja auch unter Druck. Er ist ja unter erheblichem Druck. Der Abstieg, die Transfersperre, alles was damit zusammenhängt. Hier ist wirklich einiges im Argen gewesen. Und nach wie vor, er konnte nicht verpflichten. Die Mannschaft ist vielleicht, wie er auch gesagt hat, in einer Haltung, die absolut nicht in Ordnung ist. Und was soll er machen? Ich meine, letztendlich, er nimmt zwar den Trainer aus der Kritik raus, öffentlich, sagt, Trainer hat damit nichts zu tun. Aber das ist in meinen Augen nur öffentlich. In Wahrheit hat er ihn doch damit auch angezählt. Oder rede ich jetzt Quatsch? Ja, und Trainer ist ja dafür da, die Mannschaft richtig einzustellen. Also so gesehen, klar, und was du auch schon angesprochen hattest, man sieht nicht immer eine Entwicklung von Spieltag zu Spieltag. Aber zumindest kann man nach neun Spieltagen ja so eine grundsätzliche Entwicklung sehen oder halt nicht sehen. Und ich finde es halt frappierend, dass sich im Defensivverhalten seit dem ersten Spieltag einfach nichts verbessert. Und da auch anscheinend kein richtiger Lösungsansatz da ist. Und das sind ja alles Sachen, die muss ein Keller ja auch sehen und erkennen. Also das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass er 80 Gegentore hat und neun spielen. Also er wird irgendwas damit vorgehabt haben, die so öffentlich zu tun. Und er weiß halt auch selber, dass der Trainer Struber auch sein allerletzter Strohhalm ist. Das muss man einfach so sehen. Weil eigentlich hat er ihnen ja das anvertraut, dass die Hinrunde so gut läuft, dass er im Winter mit guten Verpflichtungen vielleicht noch was machen kann, dass man zumindest so Top 3, Top 5 so angreifen kann. Wenn das jetzt schon komplett außer Reichweite fällt, wenn man dann irgendwie im Winter ist, dann gibt es ja auch immer weniger Argumente, wieso ein Christian Keller die Transferphase auch noch selber vornehmen sollte. Also das führt ja alles zueinander. Dann hängt ja auch alles miteinander zusammen. Man merkt schon. Also ich glaube, wir sind zwar im Bereich der Spekulation, aber die Unruhe ist ja da. Die ist ja jetzt in Köln relativ schnell da, behauptet man. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass auch in anderen Vereinen Unruhe schon mal auftauchen kann. Also das ist, glaube ich, kein Köln-spezifisches Problem. Hast du ja sicher auch schon erlebt, oder? Na gut, ich habe ja beim Klub gespielt. Da ist ja nach jedem von einem Trainingsspieler auch schon Dampf in der Zeitung. Das ist einfach so, das macht die Sache vielleicht auch ein bisschen spannend, so im Fußball. Da merkt man, das lebt ja auch. Man darf halt nur nicht das zu überdimensionieren, finde ich. Also weil das am Ende ja nie förderlich ist, Unruhe. Also da fühlt sich ja niemand so wirklich sicher ein bei seinen Entscheidungen. Jeder hat auch Angst vor Entscheidungen, weil alles immer hinterfragt wird. Ein Stück weit muss man damit zurechtkommen. Das ist Teil des Geschäfts. Das kenne ich als Spieler und in anderen Positionen ja auch, dass du dann irgendwie Entscheidungen treffen musst. Aber Fakt ist, dass halt in einem großen Traditionsverein ja nie Ruhe aufkommt. Also man sieht es ja auch in Schalke, Hamburg oder selbst in München, wenn mal irgendwas ist. Oder auch in Dortmund. Dann passieren halt gleich so viele Mechanismen, die losstürzen. Und Fußball ist nun mal der Sport des Volkes. Und da haben wir natürlich ganz viele Leute, die auch Ahnung haben. Ach, das ist mir die Rundenbundeskarte. Ja, und das baucht sich dann auf. Aber am Ende des Tages leben wir ja auch alle davon. Dass in jedem Stammtisch, in jedem Podcast, über diese Vereine gesprochen wird. Das macht es ja ein Stück weit interessant, aber auch immer gefährlich für die Leute, die da Verantwortung stehen. Also es ist halt in dem Moment auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das Gehalt, was man da bezieht, ist ja auch ein kleines bisschen dann auch Entschädigung für solche Dinge. Dass man halt sich einiges abmacht. Man sollte sich ja trotzdem wohlfühlen schon in seiner Haut. Ja, das tut man ja. Also ich glaube, das wird auch jetzt vielleicht ein bisschen überstrapaziert damit. Ich glaube schon, dass man sich eigentlich ja wohlfühlt, sonst will man den Job ja auch nicht machen. Und wo es auch geil ist, im großen Stadion. Also grundsätzlich ist ja Fußball, wenn man das so wie jetzt aus meiner Sicht spielt, seitdem ich so groß bin, Fußball, und wollte eigentlich nie was anderes als in diesem Stadion. Das will ich halt immer noch. Und das ist ja für mich dann, trotz aller Häme, die man auch mal kriegt, oder Kritik, die man bekommt, ja immer noch ein großes Thema. Und diese Resilienz, die muss man sich einfach dann irgendwie anlegen. Das verfolgt einen ja auch nach Hause ins Privatleben. Kinder, mein Auto wurde in Nürnberg auch mal demoliert, weil wir abgestiegen sind und so. Also das ist, das gehört ein Stück weit dazu. Kann man sagen, das ist scheiße, dann höre ich auf damit. Oder ich sage, ich finde es trotzdem weiter geil und ich bin im Spiel. Also ich habe mich für Zweite entschieden und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Eine Woche später wird man ja vielleicht auch wieder auf Händen. Das ist ja dann wieder die positive Entwicklung, wenn man dann auf einmal wieder bekommt. Man muss ja schon sagen, dass eine Person wie Keller hier für FC-Verhältnisse oder generell für Verhältnisse, was Traditionsblub angeht, schon jetzt schon sehr, sehr viele Chancen hatte und vieles noch mehr. Also man muss ja sagen, rein objektiv, wenn man sich von außen sieht, was jetzt leider in der Zeit alles stiefgelaufen ist, mit ihm als Führungskopf ist halt einfach so. Da muss man ja sagen, bei anderen Vereinen wäre er schon längst weg gewesen. Das ist einfach so. Ja, das wäre auch beim FC früher ganz anders gelaufen. Genau, das meine ich ja. Also es ist schon... Ja, man versucht ja den Weg der Kontinuität zu gehen. Das ist halt auch, das finden viele ganz toll und sagen, das ist der richtige Weg. Jetzt nicht immer sofort die Leute wieder rausschmeißen. Das ist halt auch das eine. Das andere ist, die Leute sagen natürlich auch, die das jetzt schon etwas länger beobachten, Kontinuität nur in der Kontinuität wegen ist dann irgendwann auch der Fehler. Falsch, wenn es dann kontinuierlich in eine falsche Richtung läuft. Man muss schon sagen, seitdem Christian Keller da ist, okay, da war Europa zwischendurch. Da hat Baumgart, dein alter Weggefährte damals mit dem FC geschafft. Aber danach ist es ja eigentlich kontinuierlich bergab gegangen. Und ich sage mal so, jetzt auch dieser Ausbruch von ihm, in zwar sehr sachlicher Art und Weise, weil er kann, glaube ich, gar nicht so richtig auf die Pauke hauen. Aber er macht das sehr gut, das sachlich zu formulieren. Aber trotzdem, ich glaube, das ist so jetzt seine Zeit. Er war jetzt auch gefragt. Es musste was von ihm kommen. Oder ist das wieder zu viel Interpretation? Na gut, am Ende des Tages ist ja so ein Stillstand für so einen großen Verein ja immer schon ein Zeichen, dass es nicht so wirklich gut ist. Also nochmal, mir liegt es ganz fern, da jetzt intern reinzureden oder reden anzugreifen. Aber es ist natürlich klar, dass so große Vereine ja immer einen Anspruch haben. Ob das am Schluss gerechtfertigt ist, ist das einmal völlig dahingestellt. Weil, wie gesagt, ich habe da eine ganz andere Meinung zu, was mittlerweile so im Fußball passiert und wo wir vorsichtig sein müssen. Und deswegen stehst du natürlich so vor dem Fokus, weil jeder weiß, Köln, ein großer Verein, große Legenden gespielt, die reden alle noch irgendwie so ein bisschen mit. Das ist ja in diesem Verein so. Manchmal ist es auch gut so, dass es so ist. Und die wollen halt immer eine stetige Weiterentwicklung sehen. Und da ist ja die Frage, wie lange gebe ich dem Zeit? Also manchmal sind ja Entwicklungen, so wie ich das eingangs schon sagte, ja nicht in einer Woche oder in zwei abzusehen. Das ist ja für mich ein völliger Trug, zu sagen, die Mannschaft ist jetzt eine gute Entwicklung, weil sie zweimal gewonnen hat. Das ist ja für mich, wo ich sage, die haben jetzt zweimal gewonnen. Aber deswegen müssen sie ja nicht eine mega Entwicklung gemacht haben. Also ich glaube, diese Entwicklungsprozesse dauern auch wirklich mal über Jahre. Die Frage, jetzt gibt man in so einem großen Verein den Leuten wirklich auch mal die Zeit, ein, zwei Jahre zu arbeiten. Und wann ist dann wirklich der Break, wo du sagst, so jetzt geht es wirklich in die falsche Richtung? Das habe ich zum Glück nicht zu entscheiden. Schon gar nicht hier in Köln. Und deswegen bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, wir alle. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt auch die nächsten Wochen werden natürlich da in der Hinsicht wieder entscheidend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man wartet einfach darauf, diese Mannschaft zu verändern. Dass dann wirklich neue Leute kommen, um auch vielleicht Hierarchien aufzubrechen. Weil irgendwo hat sich da was entwickelt, was vielleicht nicht gesund ist. Das ist ja auch das, was Keller so ein bisschen angedeutet hat. Meine ich auch, rausgehört zu haben. Also muss es ja eigentlich dann im Winter jetzt knallen mit neuen Leuten. Ja, das Problem ist aber, bis zum Winter sind noch verdammt viele Spiele. Naja, wir haben ja gerade jetzt die Hälfte. Also das ist jetzt, du kannst ja nicht so dann angehen, das ist ja jetzt kein Übergangshalbjahr. Ja. Also um gewisse, und auch um die Leute wirklich ruhig zu halten, müssen jetzt einfach Ergebnisse erhält. Du kannst, wie gesagt, nicht im Winter auf Platz 12 stehen und dann sagen, okay, jetzt holen wir mal neue Spieler, da brennt doch schon längst der Baum. Richtig. Also es ist ja, also... Ja, aber du kannst ja jetzt gerne holen. Ja, genau, aber das ist halt eine Frage. Andere, ich weiß nicht, wenn er wirklich merkt, aber wenn er vielleicht dann doch denkt, Stuber ist der Falsche, dann muss er vorher handeln. Aber so haben die sich einander irgendwie, sind die einander abhängig, meiner Meinung nach. Ja, weil ich glaube schon, eigentlich die... Der Verdacht, ja. Genau, weil die Schlussfolgerung wäre meiner Meinung nach schon, wenn Keller jetzt sagt, dass Stuber nicht der Richtige ist und sie nicht mehr weiterarbeiten können, dann müsste er konsequenter auch gehen, weil es konsequenterweise auch gehen, weil es ist halt der zweite Trainer, den er geholt hat, wo es halt nicht aufgegangen ist. Das kann man ja einfach an den Ergebnissen dann sehen. Also es ist ja noch möglich, meine neun Spiele sind jetzt gespielt. Das ist etwas mehr als ein Viertel der Saison etwa. So, das heißt, du hast dreimal verloren, dreimal unentschieden gespielt und dreimal gewonnen. Also das ist mehr oder weniger Mittelmaß für eine Mannschaft, die natürlich einen anderen Anspruch hat. Muss der FC seinen Anspruch vielleicht verändern? Ist die gar nicht aufstiegsfähig, die Mannschaft? Boah, das ist... Die Spieler kennst du ja so. Ja, natürlich kenne ich die. Die Frage ist ja immer, ist so ein Anspruch noch gerecht? Also das ist ja für mich immer die Frage, was ist denn der Anspruch? Klar, aber wie viel, wenn jetzt acht Mannschaften den Anspruch erheben, aufsteigen zu wollen, dann gehen sie ja selbst schon mal damit falsch. Das ist richtig. Vielleicht einen noch, der in die Relegation kommt. Und deswegen sage ich immer, müssen wir halt aufpassen, dass wir Erwartungshaltungen, gerade so im deutschen Fußball, so generell, nicht so ein bisschen überstrapazieren, weil ich finde, das ist so ein bisschen despektierlich den anderen Mannschaften gegenüber, die auch gute Arbeit machen. Also wenn ich mir... Ich komme jetzt nur mal mit dem Beispiel Paderborn, die hat ja vor ein paar Jahren keiner auf dem Zettel gehabt. Wenn ich so überlege, was wir da so angestoßen haben, wie die sich dann auch jetzt nach meiner Zeit stabilisiert haben, sind schon wieder oben, das haben sie mal verloren. Und wenn ich jetzt den Anspruch Köln, Hertha, Nürnberg, Schalke, die alle dahinterstehen sehe, dann finde ich das despektierlich zu sagen, ja, aber wir müssen ja eigentlich vor den Seiten. Nein, die machen auch gute Arbeit. Und auch Ulm macht gute Arbeit und Elversberg macht gute Arbeit und Fürth macht gute Arbeit. Letztes Jahr hat halt Kiel super Arbeit gemacht, der ist aufgestiegen. Und damit meine ich halt immer nur, wenn du deinem Anspruch nicht komplett gerecht wirst, sind die anderen Mannschaften nicht mehr so weit weg. Das war vor 10, 15 Jahren vielleicht noch anders. Das ist ja auch wie mit der Nationalmannschaft. Wir glauben ja immer, gegen alle Nationen gewinnen zu müssen. Dann frage ich mich, ja, ist es gerechtfertigt zu sagen, wir müssen gegen Südkorea gewinnen? So gucke ich mir die südkoreanische Mannschaft an, 15 Spieler, die in allen Top-Ligen Europas spielen, sind die denn unbedingt dann so viel schlechter als die Deutschen, die auch in den Mannschaften spielen. Und ist das Gap dann wirklich noch so groß, was sie schließen müssen? Das ist alles schon sehr auf einer Ebene. Und so ist das halt auch in den Ligen, in der 1. Liga, 2. Liga, 3. Liga. Wenn du dir da anguckst, wie die Tabellenkonstellation ist, wie viele Punkte auch nur noch auseinander sind, dass nachher Bayern und die Großen mehr haben als die unten, das ist ja auch klar. Und das wird es vielleicht auch in der 2. Liga sein. Aber das ist nicht mehr so, dass die sagen, wir haben jetzt 35 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Das ist ja nicht mehr so. Und deswegen sage ich, muss man immer so ein bisschen aufpassen, ist meinem Anspruch gerecht? Und was tue ich denn dafür, um dem gerecht zu sein? Und welche Strategie habe ich? Und nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig auch mal, dass ich sage, ich hangel mich mal an so einer Strategie lang. Und dann kommt der Erfolg, weil ich die Mechanismen greife dann wieder. Weil nochmal, ich sage, in den vermeintlich kleineren Vereinen sitzen mittlerweile auch Fachleute, die sagen, wir starten natürlich, das Entwicklungspotenzial ist ja wesentlich größer, weil es ein kleinerer Verein ist, aber die machen das gut und dann sind die ja nicht wesentlich schlechter. Und man sieht es ja auch, in den letzten Jahren sind es oft die kleinen Vereine aufgestiegen. Das meine ich. Müssen wir ja nicht drüber reden. Versucht seit vielen Jahren jetzt wieder und das ist auch noch nicht ganz klar, wie das ausgehen wird, logischerweise. Also es sind immer die sogenannten etwas kleineren Vereine, die sich immer öfter durchsetzen. Man muss gucken, was aus Heidenheim geworden ist. Oder einige andere. Die leben ja schon alle von der Kontinuität auf die jeweiligen Position. Und das ist das, was ich meine. Und deswegen sage ich immer, natürlich ist Gewinn und Verlieren das Maßgebliche im Fußball. Und wir können natürlich auch immer sagen, wir wollen uns langfristig irgendwo hin entwickeln. Wenn du alle Spiele verlierst, ist das Thema auch durch. Auch mit einem selber, der diese Strategie entwickeln will. Aber manchmal glaube ich, dass man auch mal den zweiten Schritt schon mal im Auge haben will. Wollen wir das, wo wollen wir überhaupt hin? Und ich verliere das Ziel halt nicht aus den Augen. Ist es halt nicht der gerade Weg? Komme ich halt über den Umweg? Aber ich komme zu diesem Ziel. Und dann, glaube ich, geht es den Vereinen besser. Aber durch natürlich den finanziellen Druck, den man natürlich auch hat, als Verein verantwortlicher Ziel zu erreichen, spiegelt das natürlich auch dann immer so Themen wieder, dass dann die Kontinuität auf die Führungsposition, die eigentlich am meisten Geld kostet, dann doch nicht vorhanden ist. Das ist einfach so. Ja, einfach. Einfach ist es nicht. Ja, aber ich glaube, das wäre schon ein anderer Gesichtspunkt hier aus Kölner Sicht. Wenn man jetzt schon sehen könnte, dass aber die Mannschaft zumindest einen klaren Plan hat. Die muss ja dann nicht unbedingt viel mehr Punkte jetzt geholt haben. Aber es wirkt auf mich halt sehr uninspiriert, beziehungsweise nicht geplant, was in der Defensive vor sich geht. Und ich glaube, das ist halt das, was auch sehr rumohrt. Ich glaube, es wäre schon was anderes, als wenn du jetzt nicht so einen mehrfachen Schuss vom Bug bekommen hast, wo ganz klar wird, wo die Fehler in der Defensive liegen. Wenn man dann das Gefühl hätte, dass der Trainer oder die Mannschaft da in irgendeiner Form gegen ankämpfen kann. Aber irgendwie wirkt die auf mich so hilflos, was das angeht. Und dafür, meine ich, muss die Qualität in der Mannschaft einfach besser sein, um sich dann erst vier Dinger gegen Karlsruhe zu fangen, dann nochmal fünf gegen Darmstadt, wo die Gegentore fast so Blaupausen sind, weil die halt immer gleich fallen. Und das ist ja auch das, was du sagst mit Kontinuität. Du entwickelst ja auch eigentlich so eine Spielidee und sonst was und verfestigst das. Die Frage ist ja, wer entwickelt die denn? Das ist ja für mich die Frage, wer entwickelt denn die Spielidee? Wir haben immer noch die Baumgart-Strategie. Ja, natürlich, natürlich. Und da denke ich mir immer, man muss ja Köln Fußball spielen. Und Bayern spielt Bayern Fußball. Und Schalke spielt Schalke Fußball. Und das ist ein unterschiedlicher Fußball. Und ich finde, dass die Verantwortlichen dem, weil das Vereins-Emblem ist immer noch das Größte, was es gibt im Fußball. Das ist der Verein. Und ich sage, wenn ein Verein sich so wie Ajax Amsterdam ganz klar positioniert und sagt, wir spielen 4-3-3, wenn hier ein Trainer kommt, der 3-5-2 spielen will, dann gucken wir uns das eine Spiel an, ist der weg. Wir wollen so einen Trainer gar nicht verpflichten. Und ich glaube, dass es manchmal einfacher ist, eine ganz einfache Idee zu haben, die muss manifestiert sein in irgendwelchen Themen, dass man sagt, wir wollen diesen Fußball spielen. Weil das Problem ist ja auch, und damit beschäftigen sich natürlich auch die Manager und Kaderplaner, wenn permanent ein neuer Trainer kommt, der eigene Ideen hat, eigene Spieler auch mitbringen will, die er favorisiert, dann kommt das irgendwann, wenn du keine Kontinuität hast, ja zu einem riesen Tor, da hast du ja 30 Spieler rumlaufen. Das ist ja schon was Gutes, das ist bei uns nicht verfolgt. Nein, natürlich nicht, okay. Wohl dem dann mal eine schwere Hand. Und deswegen sage ich ja, es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, dem Thema so gerecht zu werden. Weiß ich aber, was ich tun muss, um diesem Verein zu dienen. Das hört sich jetzt dumm an, ist aber so. Man sagt, wir spielen diesen Fußball und der linke Verteidiger, der muss das und das bei mir können. So, dann weiß ich, was ich für einen linken Verteidiger suche. Wenn der Trainer jetzt sagt, ich brauche aber einen, der den Ball nur nach innen spielt und nicht nach außen, das ist ja ein Unterschied, ob ich mit Guerreiro auf der Außenverteidigerposition spiele oder mit Davis bei Bayern. So, wenn ich das permanent tausche, dann tausche ich ja permanent, natürlich kann man sagen, die Trainer, die da viel wechseln und so, Radio lassen, alles toll. Also ich finde das faszinierend, aber manchmal ist es für diese Vereine besser, die haben eine ganz klare Strategie und ein Bilderrahmen, in dem man sich bewegt und aus dem man auch nicht raus kann. So ein Rahmen hält ja auch zusammen. Also eigentlich nur eine hält auch zusammen. Und wenn die Fans dann auch in diesem Rahmen mit drin sind, weil sie sich da wohlfühlen und wissen, okay, das ist unser Verein, der wird genauso geführt, gelebt, wir sind dabei, dann fällt vieles leichter. Manchmal ist das, ich bin wirklich auch am grübeln, ist das der Schlüssel zum Erfolg, weil diese Unruhe permanent, die hört ja nicht auf. Ja, sagen wir mal so, es ist nun mal auch der Größe geschuldet. Unruhe gibt es überall. Ich glaube dann, je größer ein Verein ist, umso mehr potenziert sich natürlich auch die Unruhe. Das ist ja klar. Weil du hast ja eben auch selbst gesagt, selbst in beschaulichen Paderborn ist jetzt nicht immer nur Ruhe gewesen. Die Frage ist ja nur, wenn jetzt, sagen wir mal, bei der Ersthälfte können wir noch aufsteigen. Ja. Was ist denn dann nächstes Jahr? Ist dann nur Europa League dann schon wieder Ruhe? Oder heißt das dann schon wieder, wir spielen wieder gegen den Abstieg? Was ist ja auch klar, in der Bundesliga spielen acht Mannschaften um die Euro-Plätze, der Rest spielt gegen den Abstieg. Also da kann ich dir sagen, nach sieben Abstiegen ist man in Köln schon jetzt. Ja, aber da kommt ja trotzdem wieder Unruhe. Da ist teilweise auch ein Klischee, was da bedient wird. Ja, da kommt aber ja trotzdem wieder Unruhe. Und das ist ja genau das, welchen Anspruch kann ich denn noch erheben? Also das ist ja für mich immer die Frage, welchen Anspruch kann ich wirklich für mich als Verein noch erheben? Steige ich jetzt auf? So sage ich, Köln absolut war ein Top-Favorit von allen genannt. Gerechtfertigt. So, haben wir geschafft. So, jetzt steigst du auf. So, und dann ist die Erwartungshaltung im Umfeld doch, ja, der 1. FC Köln, so wie wenn ich dann gehöre, Peter Knebel sagt, wir wollen Champions League in vier Jahren spielen. Mit Schalke. Da sage ich immer, Peter, was hast du denn geraucht? Das kannst du ja nicht sagen. Wir stehen auf dem Abschließplatz, fast in der zweiten Liga. Aber ist das überhaupt noch schaffbar in der nächsten Zeit? Mit 180 Millionen Schulden und alles durcheinander. Ist das überhaupt jetzt noch ein Thema? Weil die Vereine, so wie Freiburg, die machen jetzt seit 20 Jahren so gute Arbeit, die sind richtig gesetzt da oben. Und die anderen Vereine wie Leverkusen und alle, die sind ja auch da. Und die mal jetzt eben zu überholen, auch wenn es nach Hamburg oder Schalke oder Hertha, das ist nicht mal so einfach. Ich würde mich mal gerne, mich würde mal interessieren, was siehst du denn gerade, wenn du als Neutraler auf den 1. FC Köln schaust? Ist das eine Mannschaft, wo du sagst, ja, die kann um den Aufstieg mitspielen, ja, die schafft ihn auch, oder das ist mir alles noch zu wapplich, die haben noch aus der letzten Saison, das habe ich dir viel vorgegeben, aber du kannst deine eigene Meinung sagen. Was siehst du? Ganz neutral. Ganz neutral wird das mit dem Aufstieg, glaube ich, schwierig. Aber gar nicht, weil jetzt die Mannschaft so unglaublich schlecht ist, weil die anderen machen auch, also wenn ich mir Düsseldorf angucke, die ziehen halt so eine Spiele dann, wo sie dann jetzt auch am Wochenende dann einfach machen. Diese konsumtuelles Volk-Titel. Selbst Karlsruhe ist kontinuierlich weiterentwickelt in den letzten Jahren, das muss man wirklich dem Verantwortlichen da lassen, ist es kontinuierlich weiterentwickelt. Ist mittlerweile auch ein Bruderkandidat, dann hast du den Paderborn da oben, Hamburg sowieso immer und da kommen dann immer noch ein, zwei kleinere Mannschaften dazu und schwupp guckst du dich rum und bist dann neunter. Und nach neun oder zehn Spieltagen ist ja so eine Tabelle dann auch schon mit Aussage versehen. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt kein Selbstläufer mehr zu sagen, Köln steigt auf. Nochmal, wir wissen alle, was im Fußball passieren kann. Hast du auf einmal einen Stürmer, der einen Riesenlauf hat, der trifft drei Spiele hintereinander, du gewinnst dreimal 1-0, dann hast du neun Punkte mehr und bist auf einmal Vierter und denkst du, das haben wir mit Paderborn ja auch gerade. Wir haben den Aufstieg oder den Kampf und die Aufstiegplätze eigentlich schon abgehakt, weil wir in Aue und zu Hause in St. Pauli verloren haben. So und auf einmal kommt dann das, du weißt gar nicht, wer da oben noch Hamburg verliert, auf einmal spielst du am vorletzten Spieltag gegen Hamburg, gewinnst 4-1 und überholst die und steigst auf einmal auf. Und deswegen sage ich, passieren im Fußball ja wirklich manchmal wundersame Dinge. So aktuell jetzt, würde ich sagen, so wenn ich das nach dem heutigen Zeitpunkt bewerten würde, würde ich sagen, es wird sehr schwer für den Aufstieg. Bevor wir gleich auf das nächste Spiel zu sprechen kommen, es sei denn, du hast jetzt zu der aktuellen Sache eine Frage, würde ich den Martin Gehmer bezüglich seiner Vita natürlich befragen und besonders natürlich auch, wie deine Zusammenarbeit auch mit einem Steffen Baumgart war, weil wir haben ja eben schon gesagt, Steffen Baumgart ist ja hier irgendwo immer noch präsent, weil seine Art Fußball wird ja im Prinzip versucht weiter und natürlich optimiert und irgendwie von einem anderen Trainer, der durch ein Assessment Center gelaufen ist, da kannst du gleich auch noch zu sagen, ob du ein Freund davon bist. Ja und letzten Endes dann die Frage, wie du mit ihm sozusagen dann auch klargekommen bist und ob es vielleicht auch ein Fehler war, nicht länger an ihm festzuhalten. Also ich komme mal auf den Eingang zurück, die Zusammenarbeit ist eigentlich relativ gut, also kann man eigentlich, also ich hatte überhaupt keine Probleme mit ihm, natürlich hast du immer über Spieler, die Thematik Manager, Trainer, Spieler dazwischen, ist der gut, ist er nicht gut, will er den haben, will er den nicht haben, ist er immer nicht so einfach, wobei ich immer, das ist aber auch meine Meinung, eher sagen muss, aus der Verein bestimmt, wer die Spieler, welche Spieler kommen und nicht der Trainer, das ist so ein bisschen meine, meine Denkweise, das heißt aber ja für mich dann auch, dass ich den Trainer länger stützen muss, weil er das ja auch ein bisschen umsetzen muss, wenn der Trainer nicht alles, wenn der Trainer alle seine Spieler mitbringt, dann muss ich nach fünf Spielen rausschmeißen, weil du hast ja nur einen Mucks gemacht. Deswegen muss das immer ein guter Einklang sein, den hatte ich mit Steffen total, also wir haben uns viel ausgetauscht, ich habe ihn aber auch seine Arbeit machen lassen, also auch nicht permanent reingepfuscht, man hat sich natürlich mal über taktische Vorgaben unterhalten, wir haben uns auch jeden Tag irgendwie gesehen, weil Palabonis Entlassungszentrum ja auch relativ eng ist und ich habe mir viele Trainingseinheiten angeguckt, manchmal unten auf dem Platz, manchmal oben vom Balkon, also dass man auch immer über den Stand der Spieler Bescheid wusste und das war eigentlich sehr gut, Steffen ist, finde ich, auch jemand, der andere Meinungen akzeptiert, wenn, und das war von mir auch immer so ein bisschen Vorgabe, wenn der Physio oder der Arzt hat, der ist verletzt, dann ist er verletzt, dann wird nicht gespritzt, dann wird nicht da vielleicht doch noch und das hat Steffen super gut umgesetzt, auch mit der athletischen und physischen Abteilung bei uns. Das finde ich immer gut, dass ein Trainer nicht sagt, nee, da muss ich jetzt spielen, der kann ja doch, der kann ja gehen, der kann ja auch spielen. Hast du denn auch an der Spiel, praktisch die Art und Weise, wie ihr gespielt habt, habt ihr das gemeinsam besprochen? Das war natürlich, wurde das schon ein Stück weit auch von Markus Krösche und ihm eingeleitet, weil die waren ja eher zusammen, ich kam da dazu und wir haben das ja noch ein bisschen, ja ein bisschen stringenter bezogen, weil ich ja dann eine Scouting-Strategie auch ausgearbeitet hatte, wie wir welche Spieler finden, wir haben dann verschiedene Datenbanken dazugenommen, Paderborn hatte vorher überhaupt keine Scouting-Abteilung, hatten einen, der da bis hin rumgefahren ist, ich habe das ja dann komplett eingeführt, wir hatten dann auch Datenbanken, wo wir dann unsere Skills für die Position theoretisch abrufen konnten und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, sodass wir dann diesen Spielstil natürlich dann weiter entwickelt haben. Hast du den später beim FC wiedergesehen? Ja, ich hätte auf jeden Fall versucht, also die Spieleröffnung und so, das sieht man dann ja schon, nochmal, du hast ja nicht sofort alle Spieler da, also wir hatten ja, bei uns war das zum Beispiel so, wir haben gesagt, ich würde gerne einen Außenstürmer als Außenverteidiger sehen, weil die einfach diesen permanenten Drang nach vorne haben, das ist für, so wie ich Fußball auch sehe, finde ich das schön und wichtig und Mo Dräger kam ja von Freiburg als Stürmer und der hat bei uns dann in der zweiten und auch in der ersten Liga rechter Außenverteidiger spiel, ist auch Nationalspieler geworden und dieses Denken, Gerrit Heumann hat dann hinten gespielt und so, also wir haben das dann schon versucht, immer so zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen einen unheimlichen Zug zum Tor haben, wir wollen Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen, weil nur dann hast du Erfolg, offensive, Spielweise, mehr Erfolg als defensiv und das haben wir halt glaube ich mit 76 Toren in der zweiten Liga sehr gut umgesetzt. Und dann den Aufstieg geschafft, das war ja ein Riesenerfolg, dann auch für dich natürlich, logischerweise, zusammen mit allen anderen dann gemeinsam den Aufstieg zu feiern. Ja, ich habe noch so einen Hinterkopf, meine ich auch, als sie dann in der Bundesliga war, wurde der Spielstil dann trotzdem gefeiert, auch wenn vielleicht die Ergebnisse hier und da ausblieben, weil man gesagt hat, man bleibt sich so treu und das ist jetzt zum Beispiel dieser krasse Gegenentwurf zur Kölner Zeit quasi, weil hier wurde es dann halt in der dritten Saison dann halt irgendwann kritisiert, dass man gesagt hat, er ist zu engstirnig, bleibt seinem System treu, obwohl er merkt, es führt jetzt gerade nicht mehr so zum Erfolg. Glaubst du, dann ist er vielleicht auch teilweise zu stur, wenn er merkt, dass es trotzdem keinen Erfolg hat oder also vom Typ her einfach. Ja, also natürlich hast du immer eine Idee, die hat jetzt sehr gut funktioniert, muss man sagen, also im Paderborn gut, der hat im letzten Jahr im Paderborn auch nicht mehr so funktioniert, aber das ist ja auch immer, welche Spieler hast du dann zu verführen, kannst du das wirklich so umsetzen, dass das immer sofort auch greift, wenn dann wichtige Spieler... Der Gegner stellt sich ja auch immer mehr drauf ein. Der Gegner stellt sich ein bisschen drauf ein, natürlich brauchst du dann vielleicht mal ein paar Nuancen oder halt immer bessere Spieler, die noch besser... Also wenn man ein Mittelstürmer, der dann im Paderborn gespielt hat, der muss dann die und die Skills haben, wenn er dann aber für einen größeren Verein oder für einen anderen Verein hat, der muss ja noch besseren Spieler präsentieren. Die Möglichkeiten hast du natürlich dann auch, weil du finanziell auch ein bisschen anders dastehst. Aber ich finde es auch eigentlich gut, wenn man für den Fußball steht, ob man dann immer ein paar Nuancen anpasst und ob man immer die Spieleröffnung so macht oder ob man immer sagt, die Sechser dürfen nie auf Höhe der Abwehrspieler, sondern die müssen immer... Ich bin da ein Fan von. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Ajax Amsterdam. Die machen das seit 100 Jahren so nach dem Erfolg, obwohl die eigentlich gar kein Etat haben, wenn man das mal vergleicht. Und was die für Spieler verkaufen... Und das ist, meine ich ja immer, muss man sich ein Stück weit auch als Verein positionieren und sagen, was sind wir eigentlich für ein Verein? Sind wir ein Ausbildungsverein? Haben wir einen Anspruch? Oder sagen wir, nee, wir wollen das nicht so. Und da jetzt sich zu identifizieren und dann den Spielstil schon anpassen, weil ich glaube, dass jeder... Also jeder Bereich in Deutschland irgendwie anders Fußball spielt. In Freiburg wollen die tollen Fußball spielen. Da brauchst du nicht kommen, wir spielen auf den zweiten Ball. Das brauchst du aber vielleicht hier im Ruhrpott. Oder wir wollen da vorne rauf und wir wollen marschieren. Und sie wollen halt einen feingeistigen Fußball sehen, weil die auch eine Studentenstadt sind. So wie in Paderborn haben wir gesagt, wir sind halt eine sehr zukunftsorientierte, digitale Stadt. Wir haben viele Studenten, wir haben junge Familien, die denken alle nach vorne. Wenn du so Fußball spielst, hast du im Unterbewusstsein alle Zuschauer auf deiner Seite. Ein Beispiel, wir verlieren zu Hause 5-1 gegen Schalke in der Bundesliga und die Fans stehen 20 Minuten nach dem Spiel und klatschen nochmal die Mannschaft bis zum 3- oder 4-1 in 85. Minute marschiert. Das ist wie verrückt. Und dann sag ich mir, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Weil du kannst dich dann aufgrund des Standorts Paderborn in der Bundesliga wahrscheinlich noch nicht so dauerhaft messen. Aber wir haben halt Spiele gerade in München, zu Hause in München, wo wir ja auch knapp 3-2 verloren haben und die am Schluss gar nicht mehr auf den 16er rauskamen. Und das ist Bayern München. Oder in Dortmund mit dem 3-3 und so auch gezeigt, dass es auch funktioniert. Okay. Also ich habe jetzt ganz bewusst nochmal die Zeit mit Baumgart. Das war mir halt auch wichtig, weil er ihn natürlich bestens kennt. Und weil wir im Prinzip dieses Prinzip ja übernommen haben. mit Strober, der eigentlich natürlich das versucht zu verfeinern. Oder sehe ich das falsch? Also man hat ja ganz klar gesagt, man will ja auch eine einheitliche Linie fahren. Über alle Ummannschaft. Ja, ich habe jetzt mal nie versucht zu verfeinern. Das ist jetzt gerade noch. Ja. Es wird ja kein Trainer sagen, ich will den Baumgart-Fuß. Da muss man ja sagen, mit dem Baumgart standen wir in der Bundesliga. Das ist ja der RB-Fußball hier. Wir haben ja sogar ziemlich stabil hinten. Also wir haben jetzt ja nicht massig an Gegentoren gefressen. Das lag natürlich an Luca Kilian. Den wäre ja dann von euch dann gut. Ja, genau. Der hat ja auch nicht immer gespielt. Ja, natürlich. Er war jetzt auch sehr lange verletzt. Und der Brütter jetzt auch bald wieder kommt. Es ist die Frage immer, auf welcher Position spielt dann auch welcher Spieler? Ist der auch wirklich gut genug dafür? Das ist ja auch immer die Frage. Also jetzt nicht despektierlich gemeint, wenn das nicht ist. Also ist er dann auch genau das, was ich dann auf dieser Produktion auch brauche. Und das muss dann immer eine Hand geben, natürlich mit dem Management diesen Spieler dann zu suchen und zu verpflichten. Also deswegen sage ich immer, so ein Thema ist ja ein Team-Thema. Wenn ja nie einer sagt, ich bin hier der König, das gibt es ja nicht. Und das ist halt auch das, was ich jetzt in dem Sinne, du konntest ja jetzt den Kader nicht groß verändern, außer die Leihbekehrer. Und dann musst du dir irgendwie als Trainer auch die Kader ansehen und sagen, dann musst du ja vielleicht noch ein bisschen von deinem Stil abweichen. Jetzt ist der Transfersperre geschuldet. Und dann musst du ja sagen, wie kann ich die Mannschaft bestmöglich aufstellen, um bestmöglichen Erfolg zu haben natürlich. Und wenn ich dann so ein Spiel jetzt sehe, muss ich jetzt nochmal doch darauf zurückkommen, wie Darmstadt, wo man in der ersten Halbzeit zwei, drei Aktionen sieht. Und dann habe ich schon als die Hoffnung, als Fan, auch generell als Spielbeobachter, dass zumindest in der Halbzeit irgendwie eine Umstellung dann spätestens stattfindet, dass man nicht nochmal drei Gegentore frisst, die baugleich sind. Okay, zwei, der eine war nochmal ein Standard. Aber das ist so das, was ich dann vermisse, wo ich dann denke, okay, da muss man dann doch irgendwie noch eingreifen in der Halbzeit. Und das hat halt in zwei Spielen schon elementar gefehlt. Definitiv. Ich meine, das mit dem Eingreifen, In-Game-Coaching, da reden wir ja hier jede Woche drüber. Ja, das ist aber auch ein Thema. Jetzt sag ich dir, jetzt liegst du hinten in Darmstadt 2-0 Halbzeit, ne? Ne, da war es noch 2-1. Ja, was willst du denn jetzt umstellen? Wenn der umstellt und sagt, wir machen hinten erstmal dicht, dann sagt jeder, sag mal, bist du doof, wir sind in Köln, wir müssen in Darmstadt gewinnen. Wir liegen hinten, wir müssen angreifen. Wenn das denn nicht funktioniert, dann hauen sie dir das auch wieder vor die Füße. Deswegen ist ja manchmal, wo ich sage, du musst dem Stil dann treu bleiben und das funktioniert mal und das funktioniert mal nicht. Hätten sie jetzt mit der gleichen Thematik das Spiel noch gedreht, hätte jeder sagt, oh, geil, der ist treu geblieben, wir haben vorne attackiert, wir haben offensiv gespielt. Und oft ist es ja nochmal, das sind ja auch ganz viele kleine persönliche Fehler, die bei so einem System dann immer zu tragen haben. Da bist du mal offen, dann sind die Außen- und Innenverteidiger zu weit auseinander oder der Torwart ist nicht weit genug rausgekommen oder keine Ahnung, der Sechser hat nicht richtig zugepresst, sodass er den Ball spielen konnte, wie auch immer, das kommt ja auch noch dazu. Und deswegen sage ich, manchmal ist es, Fußball ist ja auch am Ende ein Fehlerspiel und das macht es aber auch so schön und wir können stundenlang diskutieren und ich würde am liebsten hier wochenlang mit euch sitzen und diskutieren über sowas, aber du wirst nie die richtige Lösung finden, die Nationalmannschaft. Das ist das Gleiche, spielst du super, bis einmal hinten hoffen und schießen die Hunde in ein Tor. Ja, es ist so. Also spielst du aber den Rest der 90 Minuten überragend, genau mit der gleichen Zeitmatik weiter. Das war wirklich gut. Und deswegen sage ich immer, wo liegt die Weid? Die Weid liegt immer dann am Ergebnis. Aber das weißt du vorher nicht und du wirst daran gemessen und das ist das Problem. Ja, das ist generell das Problem. Das ist gut. Wenn ich mir die Ergebnisse aussuchen könnte, wäre es einfacher. Aber da kommt ja immer noch ein Gegner dazu, der das auch gern will. Ich meine, die machen sich alle ihre Gedanken und an dieser Stelle möchte ich das hier noch mal ganz kurz loswerden. Ich glaube nicht, dass sich heute noch sehr viele Darmstädter Fans in unserem Podcast verirren, aber letzten Freitag haben es viele und die haben sich ein bisschen ärgert, dass wir angeblich da ja, wie soll ich sagen, ein bisschen überheblich gewesen wären. Ich sehe überhaupt nicht, dass wir ansatzweise überheblich waren. Wir waren am Boden zerstört. Also wir haben 5-1 verloren. Und ich meine, wir hätten schon eingeordnet, dass ihr ein sehr gutes Spiel gemacht habt. Natürlich. Also um das hier noch mal an der Stelle zu sagen, ihr habt hochverdient gewonnen, ihr habt eine Top-Leistung abgeliefert, ihr wart heiß, ihr habt genau das gemacht, was man tun muss. Von daher allen Respekt an Darmstadt 98 für dieses tolle Spiel. Aus eurer Sicht, aus unserer Sicht war es natürlich eine Katastrophe, dass wir da nicht glücklich waren und Darmstadt 98 nicht in dem Moment haben hochleben lassen. Das bitten wir einfach mal zu entschuldigen. Ja, das nur an dieser Stelle. Ich glaube, die gucken heute sowieso alle nicht mehr zu. Aber egal. Ja, was, ich denke, wir sollten auch mal sagen, vielleicht auch mal einen Break machen. Einer, der du warst in die Gegenwart auch von dir. Du hast ja 2020 dann deine Tätigkeit beenden müssen. Weil Paderborn sich beenden beenden müssen. Ja, wie ist es dir danach so ergangen? Also wenn man ehrlich ist, trifft dann das ja persönlich schon. Ja, also, das hat mich schon sehr getroffen, weil ich mir im Nachgang immer noch nicht so richtig bewusst bin, warum eigentlich. Das war ja mitten in der Corona-Zeit. Ja, genau. Da gibt es ja auch viele Gerüchte, viele Geschichten darum, da würde ich gar nicht näher drauf eingehen. Und ja, dann knabberst du natürlich schon eine Zeit lang damit. Das ist doch ganz normal. Dann hast du auch noch so einen Rechtsstreit, den man sich eigentlich auch sparen möchte, wenn man sich in die Augen gucken kann. Wenn man sich trennt, dann ist das in Ordnung. Dann setzt man sich hin und dann findet man da auch immer... Du wohnst ja auch nach wie vor. Ich wollte nach wie vor ein paar Frauen und werde auch nie wieder weggehen mit meiner Familie. Und deswegen war das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Habe mich dann geschüttelt, bin nach wie vor im Fußball, habe dann ja zwei Jahre lang von 21 bis 23 für Kapellisport, mit dem großen Ausrüster aus Amerika, mit dem Sitz hier in Ratingen, in Deutschland, die Europazentrale. Genau, und da habe ich als VeloFootball gearbeitet. Das heißt, die sind ja Eigener und Co-Eigener von vielen Vereinen und Akademien weltweit und ich war so der strategische Oberhaupt der ganzen Geschichte. Head of Global? Ach nee. Head of Global nicht, aber eigentlich nichts anderes. Eigentlich was Jungklopp jetzt gemacht hat, das war ich so ein bisschen für Kapelli und habe dann viel mit dem MSV Duisburg zu tun und in Dänemark für die Vereine oder für Habiköhe, das ist ja zweitlinger Verein. Großes Talent entdeckt. Genau, habe dann den Santiago Castaneda gefunden, entdeckt, gefunden, hört sich doof an, beim Turnier der Carpeti Cup, den gibt es einmal im Jahr in Dänemark und ich habe ihn da zwei Halbzeiten spielen sehen und habe gesagt, das ist genau der Spieler, den ich gerne nach Deutschland holen würde oder nach Europa und Santiago Castaneda spielt jetzt bei Paderborn. spielt jetzt bei Paderborn, genau, und das ist natürlich immer schwierig, wenn so ein Investor oder ein Owner, wie man es auch immer nennt, Spieler transferieren will, dann heißt es immer, das wird aufgedrückt, also das kann man ein Stück weit auch als Fan vielleicht verstehen, auch die Fans vom MSV Duisburg haben gedacht, das ist ja einfach nur ein Marketing-Gag von Capelli, wobei ich das natürlich komplett aus fußballerischer Sicht sehe, also ich sehe so eine Dinge nicht, weil ich sage, boah, cool, da hat Capelli jetzt drei Shirts mehr verkauft in Amerika, sondern ich sage, nee, der Junge, ich sehe diese Augen, diese Gier bei dem Jungen, das ist genau der Spieler und habe den dann wirklich gegen alle Meinungen in der Capelli-Welt bis auf zwei, die auch das gut fanden aus Amerika, die technischen Direktoren von Capelli, durchgezogen und wir haben den hier rübergeholt nach Duisburg zum Probetraining, der hat da vollends überzeugt und dann hat er unterschrieben mit 18, der hat vorher noch nie den Schnee gesehen, das war auch ganz witzig, der kommt aus Tampa Bay, totaler Sonnenjunge und dann haben sie alle gesagt, naja, das ist im Marketing und der hat dann 30 Spiele, glaube ich, gemacht als 18-Jähriger in der dritten Liga in der Abstiegsmannschaft, wo ja auch dann eher auf die Erfahrung gesetzt wird und das hat er so gut gemacht, dass er dann Ablösefreiheit zum SC Paderborn gewechselt ist und da auch schon wieder jedes Spiel 90 Minuten fast spielt, der, glaube ich, jetzt ist einmal ausgewechselt worden und das zeigt mir, dass das ein Spieler ist, der sicherlich in den nächsten Jahren bei größeren Vereinen noch auftaucht. Also noch sozusagen auf Trüffelschwein-Arbeit unterwegs? Ja, das mache ich ja nach wie vor. Also ich bin ja, ich werde auch sicherlich, das ist in Planung, jetzt im nächsten Monat eine eigene Akademie gründen, wo wir wirklich auch Spieler aus der ganzen Welt versuchen, fußballerisch weiterzubringen, weil ich eine unheimlich große Affinität für Spieler habe, gar nicht so für die ganz Kleinen, also das ist jetzt, weil das ist schon eine sehr mühselige Arbeit, ich ziehe da die Hut, mein Junge ist selber neun, ich trainiere da die Mannschaft auch manchmal, da denkst du, oh, das ist schon ein harter Torwart, wenn manche nicht mal den Arm kreisen können beim Laufen. Deswegen bin ich dazu, sagen wir mal, zu, ja nicht geduldig genug, um da reinzugucken, sondern eher so die Spieler, die dann in den richtigen Fußball so rübergehen, so mit 14, 15, wo es dann ernst wird und da gibt es halt auch viele Spieler, die über den zweiten Bildungsweg gehen müssen und da will ich schon unterstützen, weil wir verschenken große Ressourcen an Spielern, wenn wir immer nur die Topspieler der U19 dann übernehmen und ganz viele Spieler wissen gar nicht, wie gut sie sind. Ja, manche kommen ja aus den machenden Entwicklungsschritt ja später. die haben ja jeder, das ist tatsächlich so, es gibt viele, die haben nie ein LZ gesehen, weil sie einfach dann irgendwie zu klein, zu groß, zu dick, zu schwer, zu langsam, wie auch immer waren, die werden dann weggeschickt und diese Spieler, glaube ich, gibt es in großer Fülle und die gibt es halt nicht nur in Deutschland, sondern die gibt es halt weltweit. Es gibt Länder wie Amerika, da habe ich ein großes Fail dafür, weil ich da ein sehr großes Netzwerk auch habe, die geben gerade richtig Gas, was Fußball angeht, weil sie natürlich auch mit der WM bekommen. Und die haben so großes Potenzial an tollen Spielern und das würde ich gerne ein Stück weit begleiten und die Jungs dann teilweise auch dann in Europa hier trainieren und da sind wir gerade dabei, ein Konzept fertig zu machen, das ist soweit fertig, jetzt muss das nur finalisiert werden und das mache ich mit zwei Partnern zusammen und da freue ich mich sehr drauf und bin aber jetzt dann in der täglichen Arbeit, wenn ich wieder für einen Verein arbeite, muss ich da nicht jetzt praktisch täglich wo gerade sagen, aber wenn ein Verein jetzt nochmal käme. Ich bin natürlich immer immer offen in Ohren, das ist ja auch klar, was ich meine. Mein Fail wird ist Management im Profifußball und mal gucken, was da noch so kommt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie wir jetzt auf den nächsten Gegner, wenn wir doch schon gerade über Kaskaneda gesprochen haben, der ja im Prinzip Stammspieler ist, was man so hört. Hast du ihn schon mal gesehen? Ich glaube in Duisburg, ne? Ich habe ihn zu Duisburger Zeit mehrfach gesehen, da hat man schon auch direkt gehört, dass sich ja sehnlichst sogar gewünscht hätten, dass er als eine der Führungspersönlichkeiten mit runtergeht in die Regionalliga, aber wenn man dann sieht, dass er... Das ist zu gut, ne? Ja. Das wäre ein verschenktes Problem. Man muss ja auch immer... Man muss ja überlegen, der Ingus 19 geht in die Viertel und Karloch ist jetzt Stammspieler 2. Das ist jetzt gut gelaufen, jetzt gehen wir mal einen anderen Schritt, er geht mit runter und das läuft da nicht so gut. Dann bist du weg. Dann bist du der Ami, der es hier nicht geschafft hat und dann bist du einer von vielen. Und so, glaube ich, musst du so ein Karriereplanungsthema ja auch als Berater mit dem Spieler zusammenkriegen. Ähnliche Situation haben wir ja jetzt mit Tim Lemperle, der jetzt in der zweiten Liga ist und eventuell dann nächstes Jahr Vertrag läuft aus, da hört man schon noch Offenheim und so weiter. Machst du dir Sorgen, dass wir den halten können? Ja, schon. Berechtigt. Das ist ja der Druck, mit dem Aufsteigen müssen. Das ist genau, das ist ja dieser Sonderpunkt, der ja noch hinzukommt, weswegen hier schon ein gewisser Druck auf dem Kessel ist. Man hat ja einigen Spielern die Ausstiegsklauseln da abgekauft letztes Jahr und dann wird es aber spätestens nächsten Sommer dann doch fällig und wenn du dann siehst, dass hier fünf, sechs Jungs dann doch noch vom Hof gehen können, ist natürlich schon eine spezielle Situation, wo jetzt auch wieder die Person Keller wieder mehr denn je gefordert ist. Mit was könnte er jetzt punkten? Mit so einer Vertragsverlängerung von Lempelan natürlich. Also als Beispiel. Ja, ja, der ist natürlich jetzt schon als bester vor Ort. Er weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Es ist nicht, also ich kenne die Geschichten, genau dieselben hatte ich ja in Paderborn dann auch mit auslaufenden Verträgen, wo dann die Berater natürlich ganz klar abwägen und sagen, ja, mach schön langsam. Schonlauer war relativ klar, der hat gesagt, nee, ich will die Erste Liga spielen. Ich will mich hier nicht verlängern. Das Gleiche kam dann mal Vasilialis auf, der gesagt hat, nee, ich will mit Paderborn jetzt nicht verlängern und Jasula halt dann auch klar war, dass er geht. Das wurde mir dann auch noch vorgebrochen, ich hätte die Spielheitsverträge nicht verlängert oder ich hätte mich gar nicht zusammengesetzt. Das ist ja totale Bullshit. Das ist ja mein Handwerk. Da waren ja einige sehr begirrt anschließend. Und da war, genau, genau, Philipp Klemen und sind ja dann auch alle verkauft worden für viel Geld und wenn du diese Strategie oder dieses Leitbild dir auferlegst, dann bin ich halt auch immer der Meinung, musst du den Spielern ehrlich gegenüber sein und sagen, pass auf, ich habe Kauli Dazusa haben wir geholt für die Erste Liga aus Duisburg und nochmal, wenn man weiß, wie dieses Gehaltsgefühl auch in Paderborn aufgebaut ist und du sagst, wenn du hier unterschreitst und ich verspreche dir, wenn irgendwas kommt, sage ich dir das und ich war dann der, der in der Winterpause hingegangen hat, du, mich hat ein Verein kontaktiert, die würden dich gerne abkaufen, du verdienst viel mehr Geld als hier, ich will dir das nicht vorenthalten, ich hätte, wenn ich ihm das nicht gesagt hätte, hätte er das gar nicht gewusst, ich habe ihm das gesagt, du bespricht das in Ruhe, ich habe dir das versprochen, ich halte mein Wort, weil ich glaube, diese Ehrlichkeit sollte man den Spielern gegenüber auch, und dann ist das halt so, als Verein, Spieler kommen und gehen, Wenn du dann Ablösesumme generierst, ist es ja auch so gesehen gut, aber wenn natürlich so ein Lämpel der Ablöse freigeht, ist es natürlich... Ist es immer worst case, das hat Bayern erlebt bei einigen Spielern, das ist immer worst case, wenn Daniel Aller, Aller, dann geht für Umme und so, oder Alphonso Davies, wenn man geht und so, das ist ja auch immer ein großes Rechenthema, sondern sagen wir, dann lassen wir den gehen, ich sage, was kostet dich denn der Neue, den du da holst, Plusgehalt, das ist ja oft dann viel mehr, als wenn du sagst, ich gebe dem einen lieber ein paar Euro mehr, dann kostet mich das am Schluss nicht so viel Geld, da bin ich überzeugt von dem, wenn es eh mal ein Spieler ist. Und in Bezug auf FC, so ein Lämpel könnten sie sich einfach gar nicht leisten, weil der ist ein junger, junger deutscher Spieler, U21, unfassbar begehrt, wie viel Geld müsste der FC ausgeben, um sich so einen dann wieder zu holen. Oder du findest ihn halt irgendwo, also das ist nochmal, du musst dann dem Scouting so kreativ sein, dass du weißt, wenn man auf in der man geht, dann kommt der. Also nochmal, ich bin dann immer, wo ich sage, Spieler kommen und gehen, Trainer kommen und gehen, du musst halt immer gucken, was passiert denn, das ist ja, sage ich ja, so eine Kaderplanung ist ja langfristig angelegt und nicht immer aufs nächste Jahr, nur wenn dann der, sondern du musst ja auch gucken, wer jetzt in der U17 rauskommt in die U19, wann will er das schaffen, blockierst du vielleicht ein, wenn du wirklich einen extern holst. Und da sind ja so viele Themen, die in so eine Kaderplanung mit reinspielen und weil dann blockierst du ja manchmal durch einen externen Transfer den U19-Spieler, der vielleicht nur noch drei, vier Monate braucht, um dann auch vollwertiges Mitglied zu sein und der dir dann wegbricht, weil dann ein gestandener Spieler geholt wurde und so, also das sind so viele Themen. Das ist ja gerade bei der MFC eine interessante Situation aus dem Punkt der Transfersperre, hat man ja eine Chance gesehen in der Jugend und die Jugendarbeit, ich weiß nicht, wie das außerhalb Kölns gesehen wird, gilt eigentlich als eine gute. Ist das bei euch auch so? Kennst du das, die Jugendarbeit des ersten FC Köln? Also man beschäftigt sich schon damit, natürlich, weil regional, aber weil ich natürlich auch den Spielerfluss der Jungspieler sehe. Wie gesagt, ich bin selber sehr viel draußen, auch als Geschäftsführer Sport habe ich mir ganz viele Jugendspiele angeschaut. Bei Auswärtsspielen habe ich mir mal ein Spiel mindestens angeschaut und morgens, wenn wir abends gespielt haben oder so oder auch wenn wir um drei gespielt haben und die Heimmannschaft da hatte ihre in U90-Spielen und wo ein zum Beispiel immer gucken, weil ich nochmal immer denke, das ist eigentlich das ja, wovon Paderborn partizipiert, im Großen, aber alle anderen Vereine auch, das sind halt die Jugendspieler. Das ist einfach so. Wir bilden ja eigentlich die Spieler aus für die Mannschaften da oben und deswegen lege ich da so großen Wert drauf, auch zu gucken, wie sind so die Trends auch im Ausland. Ich fahre da mal ins Ausland, guck mir da mal Jugendspieler an, Holland ist ja nicht so weit und ich wundere es immer nicht so, wenn die Holländer hier noch eigentlich spielen, weil für viele Spielarten eigentlich die holländischen Spieler dafür prädestiniert sind. Das ist eigentlich erstaunlich. Und das ist tatsächlich so, wenn du schnell einen Stürmer suchst, einen Außenstürmer, dann wäre mein erster Weg über die Grenze zu fahren. In den Young-Young-Mannschaften, in den U19-Mannschaften gibt es die da doch in großer Fülle. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Spiel der FC. Paderborn muss sich auch ein bisschen rehabilitieren. Die haben natürlich eine Top-Saison bisher gespielt, aber gerade 3-0 in Kaisersautern verloren. Wobei, ich glaube, die letzten beiden Tore fielen erst in den letzten 87. und 90. Minute. War so lange eng. Was erwartet uns den 1. FC Köln da? Also was kommt da für eine Mannschaft auf den FC zu? Also mit hier eine Spieler- und Stopp-Mannschaft, die immer gewillt ist, nach vorne zu spielen. eine sehr gute Ballzirkulation hat, finde ich. Das machen sie wirklich gut. Jetzt in Kaiserslautern hat so ein bisschen das Zielstrebige zum Tor gefehlt. Dann hatten sie in der ersten Halbzeit schon zwei, drei dicke Chancen. Sie waren lange im Spiel. Dann haben sie das Tor, da bekommen sie durch den Torwartfehler oder den Platzfehler. Das ist nicht mal ein Torwartfehler. Und auch in der zweiten Halbzeit hat sie eine mega Chance. Sie mussten meiner Meinung noch einen Elfmeter bekommen, weil der Faust abwärts eigentlich komplett gegen den Kopf geht. Haben auch ein, zwei andere dicke Möglichkeiten und mit Gimaldi kurz zum Ausgleich, wo er dann vorbeischießt und so. Und kriegst dann halt zwei Tore nochmal Schluss, weil er dann doch sehr aufnahm, die Spieler auch ein bisschen müde werden. Und dann hast du dich mit Kaiserslautern in einer Mannschaft hier. Also das ist eine andere Niederlage als der FC, sich eine eigentlich zu sagen. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, also das wird ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Das sind so die Spiele, auf die man sich so freut, weil zwei offensiv ausgerechnete Mannschaften Fußball spielen wollen, Tore schießen wollen. Ich kann mich da mal an das 5 zu 3 erinnern. Ich kann mich da auch an das 3 zu 2 erinnern. Das war noch viel besser. Das auch, ja, ja. Danke. Das war so lustig. Und Modest, nach seiner Rückkehr. Modest schießt das 2 zu 0 und ich war ganz oben gesessen. Das war ein Tor, oder? Nebröger und Ritter, Marlon Ritter. Ja, Marlon Ritter. Und das war so, das werde ich nie vergessen. Ich war oben gesessen auf der Tribüne und dann schießt es 2 zu 0. Ja. Und dann bin ich so immer die letzten 10 Minuten runtergegangen und habe mich neben die Bank gestellt. Und ich bin, gerade vom Platz fällt das 2 zu 1. Und ich komme runter, steht da 2 zu 2. Und dann stehe ich da unten und dann schießt Marlon Ritter das Tor. Da bin ich ja selber noch auf dem Platz draufgegangen. Aber das war ja so unglaublich, weil das war ein bisschen schon auch überhebliche Geschichte so außenrum auf der Bank. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mich auch wirklich noch mit der Bank da angelegt, weil die dann so doofe Sprüche noch gemacht haben vor dem 3-2 und Zeitspiel und hier noch bin Ball weggeschossen. Und also das kam bei mir nicht so wirklich gut an und diese Erlösung da zum 3-2, das war schon... Ja, man hat ja schon häufiger gehört, dass gewisse Leute, die zu der Zeit im Amt waren, nicht immer angenehm sind an der Seitenlinie. Das war Markus Anfang. Ja, okay. Also, aber ist ja... Aber ich weiß gar nicht, ob er... Also, er war das, aber es war nicht... Es war eher so der Stab, der da ein Riesentheater gemacht hat, wo ich dachte, muss das sein? Ihr führt doch jetzt, oder ist alles gut? Ihr seid erst jetzt, wir spielen ja in Paderborn vor 12 Tagen, das habt ihr doch eigentlich gar nicht nötig. Das war eigentlich ein tolles Spiel. Das war ein Hollywood-Spiel, wo auch... Aber obwohl das Spiel hier war noch viel besser, wo wir 5-3 gewonnen haben. Ja, das 5-3, das verpegte. Das war ja noch ganz am Anfang der Saison, da wussten wir ja noch überhaupt nicht, wo wir stehen und dann haben wir diesen offensiven Fußball... Also, fußball-Richt war es geil. Also, das war ein Hin und Her, das war schon toll, aber natürlich, das Ergebnis war nicht schön für unsere Sicht. Ja, und noch mal für den FC-Mächten. Fehler darf er gegen so eine Mannschaft nicht machen? Das wird sicher Strober wissen, aber wir versuchen es draus. Also, ich glaube, dass es schwierig ist, wenn du Ballverlust im Mittelfeld hast, also im Zentrum, dann wird das schon gefährlich, weil dann können sie ganz gut umschalten, weil sie technisch sehr saubere Spiele auf allen Positionen eigentlich haben. Also, Probleme haben ja die meisten Mannschaften hinten. Das ist auch in Paderborn nicht anders. Also, nicht, dass sie schlechte Spieler haben, aber jede Mannschaft, die offensiv spielt, hat ja irgendwo Schwachstellen, sonst würden sie ja alle immer alle Spiele gewinnen. Und ich glaube, dass das Offensivspiel immer so das Problem der Defensiven sein kann. Da hat er sicherlich im Umschaltspiel der FC ein bisschen Vorteile. Aber wie gesagt, Paderborn ist immer gewillt, Fußball zu spielen und Tore zu schießen und das finde ich halt sehr, sehr gut. Deswegen bin ich immer noch ein großer Fan vom FCP. Also, ich sitze vor jedem Spiel mit meinen Kindern, die ihre Trikots oder Schalts tragen oder was auch immer noch selber dauert und viel war damit. Weil ich auch noch sehr guten Draht zur Geschäftsführung und so habe und regelmäßigen Austausch und zu vielen anderen Angestellten. Und deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich auf diese Spiele. Das sind halt so die Topspiele der Liga und ein tolles Stadion. Was will man mehr? Ja, also mir würde noch was einfallen. Wie gesagt, wir mussten gleich rein. Die Mannschaft ist jetzt gefordert, jetzt der FC in dem Fall. Ja, das könnte natürlich schon auch so ein krasses Kippspiel werden, was die Stimmung im Umfeld angeht. Das meine ich. Und du siehst, und dann ist es halt so, dass dann in Paderborn auch die Stimmung vielleicht kippt, weil sie jetzt auf einmal ja doch drei, vier Plätze nach unten macht durch die Niederlage, obwohl sie seinen Mai vorher nicht einmal verloren haben. Das muss man ja auch mal sagen. Jetzt auf einmal wieder verloren und dann überhole ich zwei, drei Mannschaften. So, wenn jetzt Köln dann auch wieder, wie viel haben die Köln? 12. 12. Dann werden die auf einen Punkt auch wieder ran. So, und dann auf einmal sieht das auf einmal wieder ganz anders aus. Und dann hast du, und das ist halt der Vorteil, ist ja, wenn du regelmäßig gewinnst, dass du nicht immer unter Zugzwang bist, deine Heimspiele zu gewinnen. Aber das ist ja oft so, das bricht ja vielen Mannschaften das Genick, wenn du dann mal zwei, drei Spiele nicht tust, dann bist du gezwungen, dann irgendwann, jetzt Heimspiel, jetzt müssen wir gewinnen. Und das ist genau das, was ja auch in Hamburg oder so ist, immer diese Frühlingszeit. Wenn du dann so zwei, drei Spiele mal schlecht spielst, verlierst, dann hast du so, jetzt müssen wir das Heimspiel gewinnen gegen einen vermeintlich kleineren Gegner. Ich glaube, der HSV auch hat sogar noch den psychologischen Druck. Eben Bayern. Ja, weil sie jedes Jahr, also du kannst ja die, wenn du die Ära an willst, dann vor dem Spiel im Frühling, dann schreibst du das mal im Interview und sagst ja, jetzt ist ja wieder Frühling, bin ich mal gespannt, was da ist. So die Julio Hünnes-Manier und dann bin ich mal los, was da losgeht. Weil die haben ja witzigerweise auch noch ganz viele Spiele aus den Jahren dabei. Also Viata ist ja die ganzen sieben Jahre jetzt dabei. Ja, ja klar, da ist doch durch. Also irgendwie nimmst du das ja mit und draußen ist ja dann auch bei jedem Fehlpass, oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Aber wir waren beim FC, was erwachtest du für ein Spiel? Nochmal und vor allen Dingen, was ist jetzt die richtige Reaktion? Also jetzt mal den Fanning hier gefragt, du wirst ja wieder in der Südkurve stehen. Die richtige Reaktion wäre ja schon mal zu gewinnen. Aber nee, also ich glaube, ja klar, du musst natürlich den Fans zeigen, dass du wirklich diese alten Mentalitäten oder Sachen, die man so gerne sieht, wo du jetzt auch gesagt hast, das hat man bei den Darmstädtern gesehen, dass die gebrannt haben. Also alte Lattexschule, Torpfosten anknabbern, Eisneckefrühstück. Also schon, dass man merkt, dass der Platz brennt. Das klingt ja jetzt plakativ. Natürlich, aber Fußball funktioniert ja so. Aber es ist ja einfach so, weil du auch schon richtig erkannt hast, es rumult jetzt schon sehr nach dem Darmstadt-Spiel und es ist schon so ein bisschen so ein Vulkan, der, wenn sie das Spiel verlieren, dann bricht das, glaube ich, auch im Stadion langsam immer mehr aus. Das war in die Art und Weise, wie es so ist halt... Weil Darmstadt war ja nicht so schlimm, weil du verloren hast, sondern vor allen Dingen, wie du es verloren hast. Deswegen, ich könnte jetzt auch ganz schwer einen Tipp in Richtung Freitag abgeben, weil ich nicht weiß, wie viel Selbstvertrauen die Mannschaft selber noch an das hat, was sie jetzt auf den Platz bringen müssen. Also ich fand das Darmstadt-Spiel dann wirklich so alarmierend, dass man, ja, man kann sich jetzt leider nur positiv hoffentlich überraschen lassen, wie sie jetzt am Freitag auftreten. Ja, ja. Aber das kann wirklich in alle Richtungen gehen. Sie brauchen eigentlich auch die Fans, die angesickt sind, aber die müssen die sofort mitnehmen. Auf jeden Fall. Das wird am Anfang ganz entscheidend sein, hundertprozentig. Aber dann liegt es auf jeden Fall auch mal an der Mannschaft, die auch in der Bringschuld ist. Das muss man jetzt auch so sagen. Das könnte ein interessantes Spiel werden. Wie der Thomas Kessler, der war ja beim Talk, der beim Express, der sagte nämlich auch, die Spieler selber haben alle, die denken, dass sie Bundesligaspiele sind. Dann müssen sie in solchen Momenten, wo es ganz eng ist, auch beweisen, dass sie vielleicht trotzdem diesen Ticken besser sind als andere Zweitligamannschaften, auch wenn sie es dann vielleicht nicht auf Strecke zeigen können, um aufzusteigen. Aber dann müssen sie zumindest jetzt mal wirklich vorangehen und es zeigen. Das ist halt die großen Bedenken, die ich halt habe, weil wir das auch schon besprochen haben. Mir sind zu wenig Spieler da in der Mannschaft oder auf dem Platz, die auch wirklich bedingungslos vorangehen und das so wollen. Wie du merkst, ich bin da so ein bisschen, ich kann da nichts. Drückst du dich um einen Tipp? Nein, nein, nein. Ich würde schon einen Tipp abgeben, aber ich glaube, es wird, also wenn du mich jetzt fragst, schon, ich sage 1-1. 1-1. Und das ist jetzt kein Ergebnis, wo ich sagen würde, dadurch kommt mehr Ruhe hier ins Kölner Umfeld. Naja, das ist halt die Frage, wie schiefst du in der 94. Minute dann 1-1, nachdem du 8 Minuten gelegen hast. Das ist halt wieder, was ich dann sage, das hört sich so an, wenn Köln jetzt unentschieden in Paderborn spielt, ist das schlecht für die Fans? Wo ich denke, aber welchen Anspruch hat in Köln im Gegensatz zu Paderborn? Es ist nicht selbstverständlich, dass ich in Paderborn gewinne. Ich sage dir, wenn du unentschieden in der jetzigen Konstellation spielst, ist das erstmal nicht schlecht. Also das sage ich mal als Neutraler jetzt. Wo ich dann sage, klar, aber Köln ist 2. Liga, Paderborn ist jetzt auch 2. Liga, sehr guter 2. Liga, haben jetzt wirklich einmal erst verloren, seit langer, langer Zeit. Und dann zu sagen, wir müssten gegen Paderborn ja eigentlich gewinnen, das ist so, wenn wir in Düsseldorf jetzt kommen. Du sagst ja, wir wollen ja eigentlich gegen Düsseldorf gewinnen. Ja, man muss halt schon das so in Kontext setzen, was so vorher passiert ist einfach. Ja, aber das kannst du ja für deine Vergangenheit und für das kann man jetzt auch. Ja, aber der Anspruch ist ja generell so, ich finde, da muss man eigentlich bei jeder Mannschaft so sein, egal welchen Namen du hast, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Gewinnen zu wollen, aber deswegen, das ist ja unabdingbar. Ja. Aber den Anspruch zu hängen, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir unentschieden spielen, dass hier gleich die Hütte brennen, das sehe ich halt komplett nicht so. Ich sage dir, ich sage 2-2- oder 3-3-Württelspiel ausgehen, weil beide doch sehr offensiv spielen und dann irgendwann wild werden. Ja, ich hoffe, das war ein Tor. Da glaube ich schon, weil auch Paderborn immer wieder auch so die letzten 20 Minuten, wenn sie müssen, Völkarspielen, das kann natürlich auch so wie in Kallerslautern nochmal in die falsche Richtung gehen, aber wenn alle Spieler wirklich bei beiden an Bord sind, dann glaube ich schon, dass es schon viele Tore gibt. Also ich bin auch der Meinung, ich halte mal, ich versuche jetzt mal, wenn es kritisieren, es könnte ein 4-3 werden, also so richtig schon ein Bild und diesmal ausnahmsweise bitte auch mal für uns. Ein 4-3 kann der Kastaneda ja auch ein Tor schießen. Dann kann er von mir sogar zwei machen. Aber am Ende, ja, wissen wir es vorher sowieso nie. Das ist das Schöne am Fußball. Wir können vorher, hinterher können wir mal Sachen brauche ich gelegt haben. Im Vorfeld weiß es keiner. Martin, das hat echt riesen Spaß gemacht, Julian, mit dir sowieso, jede Woche. Ja, super war es. Aber das war heute auch mal andere Erkenntnisse, auch so ein bisschen neutraler, aus einer neutraleren Ecke, aus der Paderborner Ecke, aber irgendwo aus einer Fußball-Ecke. Und deswegen, Martin, hat mir das sehr großen Spaß gemacht. Und ja, hast dich qualifiziert, darfst gerne wiederkommen. Das ist lieb. Ich bedanke mich auch wirklich herzlich. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön zu reden, es gibt Schöneres. Julian, auch dir lieben Dank, über Fußball zu reden. Es gibt kaum was Schöneres, außer Fußball spielen. Wenn man es nicht mehr kann, redet man drüber. Dann redet man. Genau. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es Jürg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Super, danke. So. Das war Theken-Philosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.